Kumpel mit Portray, nichts passiert. 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 Kumpel mit Portray. Kumpel mit Portray, nichts passiert. Schaffschütze! Schaffschütze! Wenn ihr liegt, raus runter! Granate fliegt! Schaffschütze! Schaffschütze! Helix! Runter! Runter! Verleicht! Nimm das! Abzuziehen, bevor die Verstärkung abwüngt. Schaffschütze! Sie wissen von einer neuen Art von flüssigen Kukai, dass in Energy Drink Flaschen aus der Landes geschmuggelt wird. Dringen Sie in die Getränkefabrik ein. Zerstören Sie die Lagertanks. Wo Sie diese Schienen entführen? Ich werte die Führung direkt an die brasilianische Grenze. Das ist bestimmt die Hauptschmuggelroute des Kartells. Wir machen den Mann zu aus dem Land raus. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Oh nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Da kommt Sikario aus. Zeit für ein Gespräch über seine Gruppe. Ich war erse, dich entlassen. Da müssen sich doch ein paar Sikarios an. Na los, na los. Das ist die getrennte Fabrik. Gehen wir rein, springen die Tanks mit dem flüssig Kokain und dann machen wir uns aus dem Staub. Alles klar. Wir wissen von uns. Aus der Ferse, los. Die Hände unter Feuer. Fick der Scheiße. Steel Affairs Binde Crough. Auf den Boden, Rutschlauber. Rutschlauber, auf den Boden. Rutschlauber, auf den Boden. Verdammt, das war knapp. Ziele zerstört. Ab dafür. Wir haben die Position von einem Santa Blanca Chemiker, der für das Catella am modernsten Schuhmethoden arbeitet. Holen Sie sich, den Burschlauber. Ich will wissen, was er vorhat. Halt. Sollen wir uns noch ein paar Fläschchen für unterwegs mitnehmen? Ich könnte eine kleine Stärkung aufhaken. Die Flaschen sind zum Trugeln, nicht zu trinken, du Idiot. Wie viel flüssiges Kokain mag da drin sein, Hort? Genug, um nicht völlig wegzudröhnen oder nur für einen kleinen Trip? Wisst ihr was? Ich brauch nichts. Auge, Auge, Auge. Du hast gerade einen Zivilisten erschossen. Wir haben sie aufgescheucht. Ab dafür. Anja, wo? Ja ... Anja, wo, wo geht's los? Na bitte, das muss das Labor sein. Wir suchen wir's und holen uns Baumenschemiker. Hier ist alles voller Chemikalien. Da ballerst du eine Kugel rein und die Sachen werden ungemütlich. Verstanden. Die sehen ein bisschen nervös aus. Die sehen ein bisschen mehr. Was ist das? Was ist das? Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR